Daneben, Ryan, warum hast du Kosta umgebracht? Was? Ja, wieso habt ihr gesehen, dass er auf dem Tisch lag? Das Licht war doch aus. Nein, die machen die Tassen zu schnell! Oh Gott, endlich! Oh mein Gott, endlich! Alter, ich weiß gar nicht, wie lange ich darauf warte, Scheiße, Kosta zu werden. Oh mein Gott. Alter, ich werde so doll jemanden umbringen. Oh mein Gott, ja. Licht aus. Ja. Ja. Lol, what the fuck. Wo lag er? Ich kann es auch leise machen. Oh, Kosta ist tot. Damn. Ähm, sie sagt mir erstmal bitte, wer wo ist. Herr Kosta ist hier nach rechts gelaufen. Steht da nicht bei Wrappings? Ich weiß es nicht, ich war bei Wrappings. Ich habe ihn zuletzt auch in Wrappings gesehen. Ich war auch gerade in Wrappings. Lady Ice muss da wissen, wo er... Ja, ich habe vielleicht nicht gesehen, ich habe nur den Button gesehen. Aber wo standest du gerade? Weapons. Also ich bin durchgelaufen. In Weapons? Also direkt neben mir. Da stand auch in Weapons, aber ich habe gerade über dir keine Ahnung. Ich bin an Weapons vorbeigelaufen, da standen zwei Leute. Ja genau, ich habe gesehen, wie du zu O2 gelaufen bist. Ja. Ja, passt. Aber ich habe es nicht mitbekommen, dass daneben mich immer getötet wurde. Ah, irgendwie. Ich habe einen schönen Downloads in der Kaffee zu leer gemacht. Also ich bin überzeugend, ich stand daneben. Ja, Bayern, warum hast du Kosta umgebracht? Was? Ja, okay, du hast recht, ja. Warum ist Edin aus dem Spiel raus? Ja, Edin ist rausgeflogen, oder? Hä, warum? Es kann sein, dass er genau in dieser Sekunde getötet worden ist. Ah, okay, okay. Da sagt man dann kein X drauf, oder? Ja. Also, nee. Ja, okay. Das muss ja dann gerade eben positionieren. Das heißt, wir werden gleich wieder ein Meeting haben. Nee, nur wenn die gleiche reported wurde von ihm. Armin, wo bist du denn dann hin? Ich frage, warte. Ich bin ja dann nach Navigation gelaufen, hast du es nicht gesehen? Ich bin ja rechts an dir vorbeigelaufen. Wer konnte mich gerade sehen? Ich, Arthur. Weil wir beide haben ihn gleich einen Download gemacht. Okay, müssen, oh. Kommt er jetzt nicht. Okay, also, er liegt einfach am Tisch rum, also, auf. Chilliger-Basis. Okay, lasst einfach skippen mal. Ja, lass einfach skippen, weil... Leute, Leute, seien das Sass. Ich bin Sass, warum? Ja, okay. Du standest mit Kosta bei Weapons. Hä? Und du hast gefragt, ob ich dich gesehen habe, ob wir Lichter aussehen. Nein, aber am Anfang bin ich doch bei Weapons. Ich bin doch, wir sind doch alle an Weapons, also ich und du, wir sind doch an Weapons vorbeigelaufen. Ach so, du hast gar nicht Weapons gemacht. Eben, eben, ich habe nicht mal Weapons gemacht. Okay, ich dachte, du standest mit ihm bei Weapons und bist dann erst weit. Nein, nein, ich bin direkt in der Weapons gelaufen. Ja, es gibt schon längst. Hä, wieso habt ihr gesehen, dass er auf dem Tisch lag? Das Licht war doch aus. Wie hat es gesagt? Das ist halt in mir drin, Digga. Ja, oh mein Gott, oh mein Gott. Scheiße, entweder habe ich mich gerade übel hart verraten, oder das geht schon noch, klar. Auf jeden Fall darf ich Momo nicht killen. Weil Momo ist mein Alibi eigentlich. und ich mich. No, Kai's aflia! Ne, doch nicht, hä. Okay. Ja, ich, ich muss jetzt... Okay, okay. Was, wie würde ich, ich habe nichts gehört, ich habe gemustes gehabt. Ich habe gesagt, diese Person wurde dick und fett gekillt in... Ach, da wo dieses Radar ist, ich weiß nicht, diese... Ich weiß nicht genau... Ja, wo man den Radar einstellen kann, wenn der Alarm kommt. Ah, Communication. Ah, okay, okay. Ja, aber halt links von der Tür. Ich habe gerade Ari und Lady Ice in der Nähe von Security gesehen. Ja, ich fand Security. Und ich habe Armin gesehen, wie er irgendwie für zwei Sekunden in Mad Bay reingelaufen ist, und danach sofort wieder raus. Ja, genau, ich wollte schauen, ob da eine Leiche liegt. Mhm. Wer war bei den Kameras? Ich? Ich war vielleicht für drei Sekunden da, aber... Du hast dich doch gesehen, oder? Ja. Ja, genau. Wen habe ich gesehen? Hier, Ragebit. Ja, nö. Wer war vorhin mit dem Electrical? Ich nicht. Ich auch nicht. Wir standen zu viert dort. Ach so, doch, 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 da war ich dabei. Ich war ganz rechts bei dem Click-Ding. Ah ne, ich war auch in Electrical, stimmt ja. Ja. Oh, ich bin noch... Hey, wer noch? Hey, du sagst da gerade, du warst... Ja, ich habe es vergessen. Wer war denn bei den Kameras? Ich habe jemanden gesehen, der war... Das war Ari. Ich war bei den Kameras. Hä, du warst gerade... Hä? Ne, ich war da vorne mit dem Electrical und danach war ich bei den Kameras. Ah, ja. Ja. Also aus meiner Sicht ist Ari und Lady Ice safe. Okay, passt. Wer gesagt? Ich habe das gesagt. Nein. Warum? Warum ist sie safe? Also ich habe sie auch gesehen, wie sie bei Reaktor war. Ja, sie war am Reaktor. Ich kam in den Reaktor rein und sie stand schon da. Ja, ich weiß. Und ich war davor bei Electrical. Das heißt, sie kann nicht bei Communications jemanden killen und dann bis zum Reaktor kommen. Naja, es kann ja auch der andere Imposto den gekillt haben. Ich meine, für diese Runde könnt es ihr beide nicht sein. Ja, oh... Könnte also sein Kai und Nick. Okay. Also ich saß ein bisschen Armin. Okay, cool. Aber ich habe es nicht zu verdachten. Ja, aber warum denn haut mal eure Thesen raus? Ja, dachte ich mir. Jetzt. Okay, okay, okay. Scheiße. Wir haben ein fettes Problem. Fuck. Okay, okay. Ich muss jetzt ein Double-Care mit Kai machen und zwar einen guten. Moin Meister. Alles gut. Komm, gut. Rudi. Komm, gut. Ich kenne mich. Es sagt, ich muss zur Person. Das ist frei. Nee, nein. Ich kann nicht mit einigen die Geräusche rum... Ich kann nicht die Geräusche rum. Ich kann nicht irgendeine Müdbewerke. Oder werde mich mein Gehör. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das sollte gehen. Komm Kai, Kai, komm, komm. Kai, du musst jetzt jemanden killen. Komm schon, Kai. Komm Kai, hör auf Aufgaben zu faken. Wir verlieren gleich, was soll das? Ich egal, ich kille jetzt einfach safe rein. Einfach den nächsten Abboxen, den ich sehe. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Erleih, ich habe gerade links gelaufen. Da war der Tote. Wo lag er? Was war das mit links? Da war der Mau. Links von der Cafeteria. Ja, genau. Also Lilo war die meiste Zeit mit Elf und mir zusammen. Ja, klar. Weil ich wusste, dass ihr das nicht seid. Also, ich vermute, es ist Zion. Ja, also, ich glaube, also, dass wir drei es halt nicht sind. Das heißt, die beiden anderen sind es. Hä? Aber wart ihr die ganze Zeit zusammen, weil ich war, also... Du bist auf den letzten zwei Sekunden. Wo er die gleich dann gefunden hat. Ja, weil sie ist irgendwie hochgegangen, um da euch die Wires zu fixen. Nee, ich habe das Gefühl, da ist jemand auf der linken Seite tot. Hä? Ja, ich wollte eigentlich auch nach Security hinterlaufen, weil ich da auch noch Wires fixen muss. Okay, also ich war jetzt... Welche wollten wir jetzt? Zion oder nicht? Ich würde jetzt... Äh... Hä? Stopp mal, am Ende sind... Zwei von denen Impostor, es sind noch zwei Impostor da, Leute, gell? Eben. Ja. Ja, es sei denn, Edin war Impostor. Ach ja, stimmt. Nee, 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 Edin ist gestorben. Edin war tot, er stand in mir drin, als wir nach dem Leben... Ach, so stimmt, Edin ist gestorben. Was soll ich noch sagen? Was soll ich sagen, Bruder? Wer hat denn gesagt, dass die Leiche auf dem Tisch lag? Also, warst du das? Nein, das war doch eine männliche Stimme, aber Rage quitt, oder nicht? Ich wähle einfach. Ja, ich auch. Ich kann nicht wählen. Shit, ich habe schon vergessen zu wählen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Leute, oh mein Gott, oh nein, oh ja, oh ja, ja, man, let's go. Easy win, komm, komm, das kriegen wir hin. Machen wir so einen schönen Reaktor, ja, Oxygen. Ja, Oxygen ist perfekt. Moment mal, was? Der Kill Cooldown ist zu hoch. Oh mein Gott. Komm, komm, geh runter, geh runter, komm. Die Tasks. Nein, die machen die Tasks so schnell. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, bitte, bitte, vier, drei, zwei, komm, 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 geh, 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 geh. Oh Gott, sei Dank, oh mein Gott, oh mein Gott. Alter, ey, ich hatte so Angst, Kai. Der Kill Cooldown, der ging nicht runter. Alter, was? Ich habe den Outtour zu früh angemacht und habe dann, oh mein Gott, wir haben ja noch irgendwie 20 Sekunden. Nee, nee, das war sogar gut, weil auf einmal sind die Tasks, die hätten eine Task gebraucht, dann wären die fertig. Alter, wie gut. Ich habe so doll verkackt, als ich gesagt habe, ich die Leiche lag auf dem Tisch, Alter. Ja, scheiße, Mann. Scheiße, Digga.